die neue woche hat gerade angefangen und verspricht nicht wirklich gutes für die märkte die ist nämlich weiter abwärts gerichtet also ihr seht in der letzten woche war es ja schon deutlich noch mal runter gegangen unter das tief was wir am vierten oktober hatten das war so ein bisschen so ein später lackmus test also wenn wir die 15.000 jetzt auch noch mal nach unten angreifen naja gut allerdings war das nicht wirklich so atypisch wir hatten das im vier stunden chart ja schon mal gesehen dass wir zuletzt relativ stark runter sind so pseudomäßig wackelig hoch das war leider nicht so schön dass man da einen schönen trade formulieren konnte für die geschichte für uns zumindest mal nicht weil wir mögen das immer ganz gerne wenn es so halbwegs symmetrisch ist sie erinnert euch an die zeichnung die ich damals noch gemacht hatte als wir das besprochen hatten hier war der markt schon so halbwegs auf dem weg wieder weiter nach unten aber er ist damit auch jetzt so langsam aber sicher in die nähe der nächsten unterstützung gekommen die erste sozusagen die relevant ist dass das zwischentief von märz irgendwo in dieser kiste würde ich sagen wenn es noch ein bullenmarkt werden soll dann sollte es typischerweise in dieser kiste drehen also wenn die jetzt auch noch nach unten durchstoßen wird ja dann ist das hier die nächste marke die wir erwarten müssen unter 12.000 also das wollen wir noch mal nicht hoffen aktuell das war oktober letzten jahres also wollen wir nicht hoffen dass alles der letzten zwölf monate wieder wettgemacht wird na gut der oktober ist nicht mehr so lang da wird das wahrscheinlich hier nicht gelingen uns bis darunter zu bringen gott bewahre das wäre wirklich nicht schön für die börse wenn das passieren würde haben wir denn eine realistische chance dass der kurs jetzt dreht also chancen bestehen immer viele sagen naja aber die charts die sagen doch nicht ob der kurs jetzt dreht oder nicht das sind nachrichten völlig zu recht die nachrichten motivieren marktteilnehmer dann doch zu kaufen oder doch lieber zu verkaufen der chart spiegelt ja nur das wieder wie die marktteilnehmer im moment drauf sind ob sie das mit druck machen ob sie auch ja komm lass uns ein bisschen mal verkaufen einfach so in der richtung das kann man im chart wieder spiegeln oder wieder gespiegelt sehen deshalb ist es aus meiner sicht ganz interessant da ein auge drauf zu haben im moment sehen wir dann noch nichts dass wir auch noch ein bisschen früh wenn das jetzt schon wirklich hier zu erkennen wäre wie diese woche ausgehen wird wir haben im moment zumindest mal so arg lang ist der heutige tag in deutschland zumindest ja nicht mehr also da haben wir eine chance dass sich hier vielleicht sogar noch ein hammer bildet das werden wir dann sehen wo der schlusskurs dann nachher sein wird aber das ist eine mögliche umkehr kerze keine sorge die ist nicht immer erfolgversprechend das hatten wir jetzt jüngst gesehen bei einer idee die wir beim S&P umgesetzt haben hier sehen wir gerade noch mal ein positives beispiel hier vorne in dem bereich das kann hier so ähnlich sein dass der kurs sich aufbäumt aber auch das ist kein hinweis dass das dann ewig so weiter geht ihr seht ja hier war das dann auch nur für ein korrektivmuster naja und danach ging es dann doch noch mal weiter nach unten das könnte uns hier auch blühen aber zumindest wäre hier eine gewisse chance also wer auf diese verhaltensmuster achtet und sagt kommt dem gebe ich einen versuch dann wäre wenn das ungefähr so aussieht denkt immer dran der tail sollte also dieser untere teil der sollte ungefähr doppelt so lang oder länger sein als der körper im moment ist das denke ich mal akzeptabel vielleicht geht der kurs ja noch ein bisschen höher messe es halt am ende des tages nach dann wäre das tageshoch von heute das liegt aktuell bei 14.838.01 beim index dann wäre das ein möglicher trigger für die long seite zumindest mal dass er sich ein bisschen entfernt ist das ratsam das zu tun naja das ist immer so eine sache ein umkehr eine umkehr kerze wie diese hier alleine ist noch nicht aussagekräftig ist immer schon schön wenn das in der nähe einer sinnvollen wendebewegung ist immerhin haben wir die 38er marke vom tiefsten zum höchsten punkt nach oben einige technisch orientierte werden an dieser stelle sagen mensch jetzt reicht es aber auch jetzt lass uns mal drehen also ja das ist durchaus eine überlegung wert hier die long seite ins kalkül zu nehmen also dass der kurs hier steigt dann wäre das tagestief von heute der mögliche stopp in der hoffnungsvollen erwartung dass er sich entfernt also da ergibt sich vielleicht sogar noch eine trading chance wir sehen allerdings auch im fünf minuten chart dass die bewegung die wir jetzt hier haben eigentlich eine ganz schicke geschichte insofern auch ist wenn diese marke durchstoßen wird sieht das nicht gut aus dann haben wir doch schon fast wieder so eine geschichte hier mit trigger hier und noch mal die abwärtsseite also man könnte überlegen ob man vielleicht ein bisschen vorgezogen hier sein stopp entsprechend platziert ich bin mir dann nicht so ganz so sicher ich warte noch mal ab wie die kerze jetzt heute ist beim dax index wir können auch noch mal einen kurzen blick auf den future werfen wie es da aussieht denn wir wissen durch den nachthandel sieht das häufig ein bisschen anders aus allerdings hier geht die kerze ja auch noch deutlich länger denn der future läuft ja noch ein bisschen bis zum tageswechsel dann also da ist noch ein bisschen zeit bis sich hier was dann entsprechend ablesen lässt ja und hier naja also vorläufig würde ich sogar gar nicht so schlecht finden wenn der kurs noch mal ein bisschen nach oben geht so richtig sauber finde ich es jetzt nicht begeistert mich jetzt nicht so sehr um jetzt hier massiv los zu schlagen tendenziell sieht das aber für den nachmittag und die abendstunden eher für aufwärts aus also wenn ihr mich fragt was ist denn eher so angesagt würde ich im moment immer noch sagen die aufwärtsrichtung behaltet aber im hinterkopf dass es ziele gibt die dann vielleicht zu diesen ersten teil noch mal nach oben ich mach es noch mal groß dann könnt ihr es besser sehen also sprich das was wir da haben hier hinten noch mal und dann seht ihr schon so viel potenzial ist ja dann auch nicht da bis 850 im future jetzt hier im moment stehen wir bei 820 knapp ja tatsächlich also ihr seht schon da bin ich jetzt nicht so sehr leidenschaftlich für sprecher für die bullische seite aber zumindest mal eine gewisse chance dass wir da ein wenig einhalten ja wie sieht es bei den anderen aus auch beim dow jones waren wir ja ähnlich wie beim dax eher negativ eingestellt ich hatte hier das ist doch die alte zeichnung die ich hier vom vor und wochenende vor meinem abflug hier gemacht hatte für euch mit euch da seht ihr ein anstieg den hatten wir hier vorne und wenn es korrektiv runter geht bin ich sowas von willig zu kaufen und dann seht ihr es gab null verwechslungsgefahr das wusste ich nicht also die zeichnung ist ungefähr entstanden ich weiß jetzt nicht mehr wo sie genau war aber vielleicht zu dem zeitpunkt vielleicht sah es auch schon so aus wahrscheinlich nicht wahrscheinlich eher zu diesem zeitpunkt und wenn er hier wackelig runter gekommen wäre hätte ich sowas von gerne hier gekauft gar keine frage dann hätten wir vorne den schub gehabt hätten wir die korrektur gehabt und die erwartungshaltung dass er dann weiter hoch geht mit chancen auf mehr oder dann drehen das kann man dann noch sehen so also insofern viele sagen man weiß das noch nicht im vorhinein das völlig richtig aber man weiß das im nachhinein man weiß es hier also spätestens jetzt nicht diese bewegung die wir bekommen haben die die ich gerne gehabt hätte vergleiche das stelle ich fest das war genau nicht wie es haben wollte und dementsprechend überhaupt gar keine möglichkeit hier diese long position diese long idee fälschlich umzusetzen denn wir haben ja gar nicht das gekriegt was wir wollten also nur so ein bisschen damit ihr vielleicht einen eindruck habt wie fällen wir denn da unsere entscheidung also natürlich warten wir ab bis er dann diese bewegung macht diesen korrektiven rücksetzer um dann eben da entsprechend einzusteigen na gut jetzt ist er noch mal tiefer gegangen also noch mal hier bis auf die 33.000 quasi manche einer wird jetzt vielleicht sagen guck mal kann das nicht ein doppelter boden werden klar kann das ein doppelter boden werden auch hier vielleicht im laufe des tages noch dass das ein den brauchen wir nicht dass das hier ein wendehammer wird das ist durchaus denkbar wenn das gegen tagesende vorsichtig jetzt ist das noch keiner nicht dass ihr sagt komm noch mal jetzt schon mal jeder das ding ran kann mir das doch sparen da heute abend noch mal drauf zu gucken ja das solltet euch ernsthaft verkneifen denn diese kerze ist erst dann ein hammer wenn sie fertig ist im moment ist sieht die zwar schon aus wie ein hammer ist aber ja noch nicht fertig und dementsprechend ist es noch kein hammer also insofern gilt das noch nicht aber auch hier die möglichkeit noch mal der wende auch hier noch mal die ansage diese dinge alleine sind nicht unkritisch aber wenn das in einer stelle passiert wo ich eh eine wende erwarte oder mir vorstellen kann dann sind die chancen dafür dass es zumindest ein bisschen erst mal in die andere richtung geht gar nicht so schlecht ihr seht das hier unten zum beispiel ein bisschen viel tail auf der oberseite ihr seht das hier auf der oberseite wie kommt das zustande eigentlich es kann doch nicht sein dass hier diese figur hier diese komische kerze jetzt dafür den markt dreht die dreht natürlich nicht den markt sondern sie zeigt im prinzip nur folgendes an der kurs ist verkauft worden bis hier runter und dann haben die marktteilnehmer das wieder weg gekauft haben gesagt ja so können wir nicht so hören wir nicht auf das geht nicht das ist das das heißt die marktteilnehmer haben sich dagegen gewehrt vorher haben sie sich nicht gewehrt sie sind einfach nur unten gegangen mehr oder weniger aber hier sehen wir dass sie im laufe des tages angefangen haben sich zu wehren und gesagt haben ja komm jetzt hör mal auf so ist es ja nun auch nicht ich hoffe dass das so ein bisschen nachvollziehbar ist also eine gewisse chance für eine wende ist da die mutigen müssen da vorausgehen aber eine gewisse chance dass man da vielleicht was draus machen kann ist durchaus gegeben ich mache es mal bei uns auf die q1 liste keiner der szene wissen das ist meine liste wo ich dann sage da will ich jetzt vielleicht dann doch mein trade andenken vielleicht den ich dann mal rausschicken kann an euch wo ihr dann seht okay das und das sind jetzt die konkreten marken so und so ziehst du dann den stopp hinterher damit ich das immer noch mal besonders sehe setze ich das auf meine q1 liste da habe ich dann alle titel drauf die ungefähr nach dieser methode dann relevant sind so dann haben wir den s und p und das war hier zum beispiel die idee auf wochenbasis da seht ihr verlasst euch nicht alleine darauf hier hatten wir auf wochenbasis so eine kerze ich mache es mal ein bisschen größer und da hatten wir eine idee mal formuliert haben gesagt guck mal da kann man mal long gehen an der stelle in der hoffnung dass er nach oben geht und das ist in dem fall eben nicht richtig gewesen der markt hat dann doch gedreht also ihr seht das muss nicht immer gut gehen die chancen sind aber nicht schlecht und das ziel das mögliche was wir dann angesteuert halten die erwartungshaltung dass wir dann weiter nach oben gehen jahresendrallye mäßig das hat das gerechtfertigt das chance risiko verhältnis das können wir jetzt weg machen den trade der ist für uns in den stop gelaufen rechnet damit dass sowas passiert ja hört ich bin da jetzt auch nicht besonders stinkig oder sowas denn ihr dürft eins nicht vergessen alle handelsentscheidungen sind immer auf wahrscheinlichkeiten basierend das vergessen viele viele sagen dann immer naja aber als profi muss man doch wissen was passiert ja wäre schön wenn das geht aber zukunft lesen können wir ja auch nicht sondern wir haben keine schlechte chance gehabt haben zusätzlich gute chance risiko verhältnis gehabt ja klar das kann man mal ausprobieren ob das ganze gut geht so die wochenkerze die ist natürlich noch völlig irrwitzig am montag schon über die wochenkerze nachzudenken das lassen wir mal tapfer sein amerika montagmorgen sozusagen erst noch also die zählt natürlich jetzt noch nicht deshalb machen wir das augenmerk von diesem erst noch mal weg aber vielleicht ergibt sich bis tagesende aber seid vorsichtig also noch nicht zu sehr begeistert sein oh cool eine wendekerze an der stelle wo eine unterstützung ist da wäre es doch recht realistisch wir haben auch diese unterstützung ja punkt eins ich warte darauf dass wir hier diese unterstützung noch halten das ist durchaus denkbar also das ist für mich ebenfalls interessant insofern cool dass sie dann auf der q1 ist da haben aber die kerze ist noch längst nicht rum der tache ist ja noch nicht vorbei diese kerze kann im laufe des abends wie gesagt wir haben in amerika jetzt gerade morgenstunden noch die kann im laufe des abends des europäischen abends noch so sich entwickeln also noch nicht jetzt vorauseilend schon sagen oh da gehe ich jetzt schon mal rein habe ich das schon mal weg denn noch ist das nicht gedacht angedacht aber nehmen wir mal an es bleibt so und wir haben dann nachher eine kerze die ungefähr so aussieht wie hier jetzt und wenn da die nächste neue kerze dann beginnt dann wäre das durchaus ein möglicher long einstieg hier relativ langweilig weil auf tagesbasis aber warum nicht wer ein bisschen intraday mäßig unterwegs ist der kann man auf dem fünfminuten chart gucken oder vielleicht stundenschart sowas in der richtung da haben wir jetzt sogar eine ganz schicke chance dass der kurs vielleicht uns auch pattern mäßig da mitmacht nämlich den schub nach oben anschließend die korrektur nach unten ihr seht das ist wieder das klassische bild was ich immer ganz gerne habe rücksetzer in den mittleren bereich zwischen hoch während trigger und wenn es halt nicht mehrfach wackelt also mehrfach korrigiert hin und her sondern nur a b c dann ist es ist halt das einfache zwischen hoch also ihr seht da bieten sich jetzt vielleicht sogar in den nächsten stunden gleich zwei verschiedene möglichkeiten für den möglichen einstieg aber denkt immer dran lasst euch triggern lasst die anderen marktteilnehmer mitmachen im sinne von jawohl korrektiv runter und wir durchstoßen dann entweder das zwischen hoch oder das tages hoch je nachdem welche dieser beiden varianten ihr haben wollt oder handeln wollt ihr könnt natürlich auch versuchen wenn es kombinierbar ist vielleicht seht ihr hier im intraday bereich so eine kerze im stundenschart oder im 15 minuten chart bei den futures geht es auch um vier stunden chart ist ja 24 stunden handel also das wäre schon auch denkbar als eine umkehr kerze also es besteht hoffnung beim s&p ist die hoffnung besonders begründet weil wir sind noch nicht durch diese marke durch man hätte auch jetzt sagen können das wollten wir aber nicht man setzt den stopp ach komm jetzt sind wir schon da jetzt setzen wir den stopp noch ein bisschen tiefer dass wir überlappungsfrei sind unter das hoch vom dezember hier an der marke das dezember hoch was wir da haben einfach da drunter denn wenn wir keine überschneidung haben ist ja quasi nach wie vor dieser anstieg noch absolut realistisch und vielleicht jetzt dann von diesem startpunkt ja aber wir wir versuchen immer sortenrein zu argumentieren das heißt zu sagen okay das war jetzt hier unser umkehr ding dann wollen wir auch nicht mehr dass es tiefer geht und machen wir nur ein trade aus auf und das schicker ist dann haben wir sogar noch tieferen einstieg wenn das entsprechend so kommt also sehr sehr spannend die situation was wir hier haben vielleicht sogar für die für die intraday trader unter euch die sagen da kann man doch auch noch mal drauf gucken die chance ist da achtet aber drauf dieser rücksetzer der sollte korrektiv sein und so halbwegs in die mitte denkt auch hier dran messt einfach vom tiefsten zum höchsten punkt wo auch immer der ist also die werte jetzt noch nicht auswendig lernen wenn der nachher noch ein paar minuten weiter steigt dann müsste das ja gegebenenfalls anpassen aber 38 50 61 8 wo auch immer diese marken da liegen das wäre so die vorzügliche zielhöhe wo der markt da entsprechend reingeht so dann haben wir noch nasdaq der ist ebenfalls ganz attraktiv der hat sogar noch einen vorteil das muss ihn noch gar nicht groß stören hier auf tagesebene dass er noch mal einmal tiefer geht soll halt noch mal einmal tiefer gehen warum nicht dann sehen wir noch mal bei 14.300 der ist aufgrund des riesigen anstiegs hier sowieso egal wie jetzt völlig überlappungsfrei also die nasdaqianer sind relativ tiefenentspannt was diesen rücksetzer angeht da ist es jetzt nicht dass es um die wurst geht wie beim s&p wo wir ja hier im wochenchart gegebenenfalls die überschneidung noch bekommen und überschneidung in trendrichtung sind kein gutes zeichen das zeigt dass die marktteilnehmer schisser sind dass sie sagen ich gehe mal lieber raus das wird mir zu heiß das haben wir hier beim nasdaq nicht also insofern ärgert mich und wundert mich das hier erstmal noch nicht auch hier gilt wir haben vielleicht hier eine wende möglichkeit also nasdaq und und ähm s&p finde ich hier am attraktivsten ähm die gehören ja relativ eng zusammen vom verlauf zwar hatten wir auch wende signale beim dax und beim dau aber da mir dieses bild hier seit längerem ja besser gefällt übergeordnet auch dann gilt mein fokus eigentlich eher diesen beiden märkten für die longseite und nicht so sehr dem dax und den dao allerdings das grundprinzip ist dann natürlich das gleiche und dementsprechend wäre es auch so anwendbar also ihr seht ganz gute chancen für die intraday freunde hier vielleicht ähnlich wie wir es beim s&p haben eine ähnliche situation vorzufinden aber wie es beim dao jones gezeigt habe lasst euch das zeigen denkt dran das hatte ich euch vor meiner reise ebenfalls gezeigt und dann ist der kurs aber steil runter gekommen und damit war es eben nicht korrektiv wurde eben nicht mein fall bekommt ihr aber so etwas dann habt ihr eigentlich eine ganz gute chance hier für ein einstieg und beste möglichkeiten ja hier vielleicht auf der longseite dann nochmal ein bisschen was im intraday zu reißen ansonsten für die etwas langweiligeren unter euch und das meine ich nicht persönlichkeitsbezogen sondern auf die dauer der trades die eher auf die längere dauer handeln tagesebene aufwärts wird das hier vielleicht ebenfalls nochmal ganz interessant so jetzt drücke ich euch die daumen dass ihr das sinnvoll umsetzen könnt was auch immer ihr daraus macht ich werde euch weiterhin auf dem laufenden halten euch ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal